Zurück in Deutschland. Auf Tamme wartet ein ganz schwerer Fall. Aggressiver Warzenbewuchs bei einem Pferd. Der 82-jährige Besitzer hat in den letzten drei Jahren alles versucht, dem Tier zu helfen und Dutzende Arztbesuche hinter sich. Der Ostfriese ist nun die letzte Hoffnung. Die Mutter des kranken Pferdes steht im selben Stall, ist aber von der Krankheit verschont geblieben. Eine wichtige Information für den Knochenbrecher. Ach, Anton, guck ihm, da ist unser Schätzlein. Die Warzen haben in erster Linie die rechte Gesichtshälfte befallen. Doch auch die Brust und die Beine sind betroffen. Immer wieder entzünden sich einige Stellen. Das sind mindestens schon drei Jahre her. Das hat angefangen am rechten Pferd wie ein Fünf-Machstück. Dann ist es trotz Behandlung immer größer geworden. Das ist die Stute, die ist wie alt? Wie alt? 15. 15 Jahre. Aber das ist scheinbar nicht anstrengend. Die fressen sauber zusammen auf den Koppel. Gut, dass Mama noch da ist. Ich hoffe sehr, dass Herr Janken dem Pferd gut helfen kann, damit es wieder gesund wird. Was entsteht sowas, Tama? Mit den Warzen? Oder was das jetzt ist? Schau mal. Ja, die Haare stellen sich. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Bei dem Sprössling ist einiges im Ungleichgewicht. Die Gegenprobe bei seiner Mutter bringt den Knochenbrecher auf eine einfache, aber geniale Idee. Die hätte nicht schlauer sein dürfen. Sie hat die volle Medizinkiste bei sich, die das Pferd braucht. Ja. Das Pferd hat Warzen, sie nicht. Was hat sie? Was er nicht hat. Sie hat die Abwehrstoffe. Stimmt das, dass das unter 1000 oder 2000 Pferde das einmal noch gibt? Das ist noch seltener. Obwohl die Krankheit extrem selten ist, weiß Tamme, was zu tun ist. Wir binden zwei, drei ab, kommt was raus. Und dann müssen wir uns morgen eine Spritze oder sowas besorgen. Und dann werden wir eben gucken, ob wir irgendwie ein bisschen Blut rüber tun. Mit dem einen auf dem anderen. Das muss man dann sozusagen die Abwehr... Hast du Honig im Hause? Bienenhonig. Bienenhonig? Ja. Honig und einen alten Pinsel, den brauchen wir gleich. Da kommt jetzt kein Blausprin mehr drauf, da kommt dick Honig drauf. Ja. Das hilft dir erstmal. Das ist antiseptisch, das zieht durch. Das ist wie ein Pflaster drum zu, dass das dicht geht. Entschuldige, ich habe auch einen Salb ringgebracht. Brauchst du nicht? Nicht? Ich dachte, es gäbe auch eine Entzündung. Ja, aber das brauchen wir nicht. Das brauchen wir hier nicht. Wir müssen hier jetzt erstmal rein, der wird jetzt ein bisschen klebrig werden. Tammehanken nimmt sich einige Haare vom Schweif des Pferdes. Damit sollen einige Stammwarzen abgebunden werden. Die Aktion erfordert Fingerspitzengefühl, daher darf sich das Pferd nach Möglichkeit nicht bewegen. Es soll mit einer sogenannten Pferdebremse abgelenkt werden. Was? Wenn die Nase nicht will, was haben wir denn noch? Guten Morgen. Also, er checkt's. Komm her. Einfach aufs Ohr. Es ist nur, dass ein bisschen abgelenkt wird. Das Ablenkmanöver ist einsatzbereit. Jetzt kommt der knifflige Teil. Warum nimmst du da jetzt die Pferdehaare für? Kannst du denn einfach irgendwas anderes nehmen zum Abwinden? Die Pferdehaare nehmen Informationen auf. So, spannst du das ein. Jetzt gibst du die Informationen in dem Haar rein, was du da reinhaben willst. Tammeh setzt sein Wissen ein, das er von seinem Großvater gelernt hat, der ihm die Kenntnisse der Knochenbrecher weitergegeben hat. Schere. Guten Morgen. Jetzt tu den Nächsten. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Die halte ich immer mal in der Tasche hier. So, das ist nur eine Warze. Das ist eine Warze, die in einem ganz dünnen Band ist. Und die muss man haben. Dreh mal den Kopf zu der Seite. Da ist eine, die ist ganz schön, hier an der Seite. Die packst du auch. Welche? Das ist auch eine Stammwarze. Ja. So, Anton muss selber vorbereiten. Er muss das jetzt lernen. Zaubern wir gekonnt sein. Eine Lehre als Knochenbrecher ist keine leichte Schule. Und der Trick ist, das Pferdehaar, wenn du zu doll ziehst, reißt es ab. Ja, und genau einen richtigen Punkt. Und wenn es im richtigen Moment dran festsitzen bleibt, dann stirbt er über die nächsten Tage es ab. Und das gibt ein Gift in den Körper. Und so ein Gift kann im Körper die Reaktion ausbringen, hallo, die Warzen müssen sterben. Und auf einmal gammelt die ganze Geschichte ab und fällt runter. Das wäre wohl der Wunsch aller Beteiligten. Ob es dem Knochenbrecher gelingt, das Pferd aus seiner Situation zu befreien? Nach dem Abbinden der Warzen wird mit Honig gearbeitet. Dieser wirkt desinfizierend. Was flüssig ist, das nehmen wir schon mal. Was wir da raufkriegen, das gewinnt. Richtig. So, wir gehen da jetzt einmal mit dem Pinsel rein. Du brauchst heute Abend nicht unbedingt was fürs Brot rausnehmen, nicht? Nein. Vor allem die wunden und eitrigen Stellen werden mit dem Honig bearbeitet. Das Pferd scheint zu merken, dass ihm Gutes widerfährt und hält nun auch ohne Nasenbremse still. Jetzt hab ich's. Wir kriegen alles drin und morgen machen wir Eigenblut. Ich besorg mir Spritze und Nadeln. Und dann wird das. Das geht ganz schnell dann. Wenn die auf die Eigenblutimpfung und so weiter anspringt, ist das ganz schnell getan. Hauptsache wir kriegen diese scheiß Warzen weg. Das ist ja kein Leben für so ein Pferd, wenn da tausend Fliegen dran sitzen. Und der haut immer am Kopf und ist immer verlegen. Und das ist so ein lieber Vogel. Guck ihm trotzdem, dass er einen Tau um die Warzen zu kriegt. Das tut ihm auch ja weh. Aber man muss ja irgendwo was festmachen. Wer helfen will, muss manchmal auch ein bisschen Schmerzen zufügen. Das ist ihm einfach so. Am nächsten Tag wird der Knochenbrecher zurückkehren, um die Therapie fortzusetzen. Unter anderem will er das Pferd mit dem Blut der Mutter behandeln. Am nächsten Tag schaut Tamme Hanken wie versprochen wieder bei seinem Sorgenkind vorbei. Die Wirkung des Honigs beeindruckt selbst den Ostfriesen. Guck mit dem Honig. Das sieht ganz anders aus, deine Kante. Hast du das gesehen? Hast du es heute schon eingepinselt? Nein. Da muss nachher wieder schön Honig drauf. Guck ihn da, wo wir dick draufgetan haben. Da ist alles runtergegangen. Siehst du das? Das ist ja größer geworden jetzt vorne. Die sind nicht größer geworden, die sind abgeschält. Der Honig hat seine Wirkung tatsächlich bereits nach 24 Stunden entfaltet. Auch die Pferdehaare sitzen noch fest auf den Warzen und verrichten ihren Job. Tamme ist mit der Erstbehandlung mehr als zufrieden. Das sieht so aus, als wenn die Dinge alles abkönnen, aber kein Honig. Antiseptisch. Hier an der Kante ist eine ganze Fläche weggegangen. Was weg ist, stört uns nicht mehr. Verstehst du das? So einfach ist das. Wir müssen alles probieren. Der liebe Gott hilft uns da oben mit. Nun wird die Mutter des Patienten angezapft. Tamme Hanken wird ihr einige Milliliter Blut abnehmen, um es ihrem kranken Sohn zu injizieren. Sie hat augenscheinlich die Abwehrstoffe, die ihrem Zögling gegen das Warzenvirus fehlen. So, das gesehen der Alte, wie der noch Adern suchen kann. Hast du das gesehen? Ja. Laut und deutlich? Ja, ich habe es gesehen. So, dann kriegst du jetzt auch ein bisschen von unter der Haut. Wird das Tier nach drei Jahren Leiden nun endlich geheilt? So, da habe ich hier eine kleine Beule gemacht. Siehst du das? Ja. So, eine Quarrel. Und diese Quarrel, die macht eine Reaktion. Das Pferd wird ein bisschen fiebrig werden und sowas. Und hier scheißt der Hund was drauf. Die Reaktion brauchen wir, um dass das Pferd gesund wird. Einfach, jetzt nehmen wir die Apotheke von der Mama mit. Das kann morgens so eine dicke Beule sein. Nur Honig rüberpinseln nachher, dick. Und nada. Das hat gestern gestunken. Jetzt sind noch ein paar Stellen bei, wo ein bisschen Matsche drin ist hier. Aber das andere oben ist alles trocken geworden. Wo diese Suppe, jetzt war ja richtig eitrige Suppe darunter. Das ist ja alles weg hier. Guck ihn mal oben an. Das stimmt. Für ihn, wie ich ihn geholt habe, haben die Kette, um den Haufte da oben zu machen, dann hat man das gemerkt. Dieses Zeug, was da drum zu ist, ist schon alles runtergegangen. Das bedeutet, diese Stellen werden jetzt empfindlicher, aber angreifbarer. Und wenn wir da nächste Woche mit meinem Spree rübergehen, dann werden wir nanoisiert Silber draufgeben. Der kriegt ein paar Tropfen ins Maul morgens, der kriegt da oben was drauf. Und dann wollen wir mal gucken, was hier los ist.